So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Danke, es ist entscheidend herzlich willkommen. Ihr hört das, ich bin noch ein bisschen nasal angeschlagen. Und dementsprechend, ich war in der Apotheke, hab mir Gripostat C geholt. Könnt ihr mir einen Kommentar schreiben? Also ich kam mit denen eigentlich immer gut klar. Bin aber auch da gar nicht im Thema drin, ob die jetzt super sind oder auch ziemlich schlecht sind. Bei meinem Körper haben die schon häufiger geholfen. Und da ich das Ganze jetzt ein paar Tage schon mit rumschleppe, seit Sonntag genau, hab ich mir gedacht, ja komm, pfeifst du dir halt ein paar davon rein. Das Interessante daran ist, wisst ihr eigentlich, was das Zeug in der Apotheke kostet? Weil klar, was macht man, wenn man es direkt benötigt? Man fährt zur Apotheke und bezahlt viel Geld dafür. Ich glaube, es waren knapp 14 Euro für so ein Päckchen mit, ich glaube 24 Stück sind dort drin. Was ich wirklich einfach viel zu teuer finde. Probeweise habe ich online geguckt, liegen die bei circa 6 Euro. Klar, kommt Versand drauf, je nachdem, wo man sie bestellt und so weiter. Aber das kann doch nicht sein. Einfach mal 50% Preisunterschied zwischen Online- und einer Offline-Apotheke. Also das ist schon wieder so ein Thema. Und ich hatte ja im Olli-Reddit-Kanal schon mal darüber gesprochen im letzten Urlaub von mir vor zwei Monaten, als ich auf Kreta war, dass ich die ein oder anderen Medikamente dort mitgenommen habe. Weil wir werden auch in Deutschland medikamententechnisch von den Preisen, wie ich finde, komplett über den Tisch gezogen, um es mal noch nett auszudrücken. Das ist eine bodenlose Frechheit. Aber legen wir los mit dem ersten Thema. Und wenn man bei Telegram folgt, wird das schon mitbekommen haben. Zitat hier vom Bundestag.de. Dort findet nämlich jetzt heute eine wichtige, eine sehr, sehr wichtige Abstimmung statt. Beziehungsweise wenn ihr das Video seht, sollte die so langsam ausgezählt und vorbei sein. Wir werden heute Abend, Hinweis dazu, Livestream machen und über das Ergebnis sprechen. Und so heißt es nämlich hier, Koalition für Fortbestand der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Und hier geht es genau um das Thema, dass die Abstimmung heute stattfinden soll, um das Ganze zu verlängern. Der Termin wurde, wenn ich mich recht erinnere, jetzt eben entsprechend sogar vorgezogen, weil wir haben gerade mal den 25.8. Und hieß es vor ein oder zwei Wochen nicht irgendwie, das sollte am 7. oder 8. September erst stattfinden? Oder irre ich mich? Ich meine, so war es. So, und dementsprechend, wer oder was genau ist der Ablauf da? Es werden nämlich mehrere Abstimmungen folgen. Das heißt einmal, Antrag von der AfD, die hat nämlich drei Anträge eingereicht. Wir wissen schon komplett, das wird natürlich komplett hier ad acta gelegt. Epidemische Lage von nationaler Tragweite soll sofort aufgehoben werden. Zweitens, Grundrechtes sind keine Punkt-Punkt-Punkt-Rechte, also für die Leute, die das große G schon mitgemacht haben. Und das dritte, eine gesetzliche Punkt-Punkt-Pflicht für Kinder soll ausgeschlossen werden. Finde ich, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo man darüber diskutieren sollte. Anträge der FDP sind ebenfalls drei an der Zahl. Epidemische Lage von nationaler Tragweite geordnet beenden. Und nebenbei gesagt, das ist ja der gleiche Punkt wie bei der AfD, der erste Punkt, die auch sagen, ja, das soll beendet werden. Ich bin gespannt, wie die FDP bei dem Antrag der AfD abstimmen wird. Und sofern das überhaupt namentliche Abstimmung sein wird, weil da gibt es nämlich schon Diskussionen im Bundestag drüber, wie man das Ganze denn stattfinden lassen möchte. Heißt nämlich hier bei Bundestag.de, teilweise strittig ist indes noch, ob über sie direkt abgestimmt wird oder ob sie zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden. Ja, man versucht natürlich hier wieder mal auf Zeit zu spielen, man kennt das ja mittlerweile. Zweiter Antrag der FDP, faire finanzielle Förderung für Erzieher durch das Bundesprogramm Sprach-Kitas 2021 während der Pandemie. Und last but not least, drittens, staatliche Garantie für pandemiefesten Präsenzunterricht. Ja, und die Grünen bringen auch einen Antrag ein. Und wer glaubt, dass jetzt hier irgendwelche Maßnahmen kritisiert werden? Nein, die Grünen sind ja schon meiner Meinung nach indirekt mit an der Regierung. Heißt nämlich, notwendige Schutzmaßnahmen weiter ermöglichen. Also im Endeffekt nur eine Zustimmung zu dem sowieso schon eingebrachten Antrag der Großen Koalition. Ich bin gespannt auf die Abstimmung. Ich mache mir nicht zu viel Hoffnung. Es wird heute verlängert. Ich gehe davon aus, mal gucken, ob ich damit recht habe. Schreibt mal eure Meinung unten rein. Es ist einfach schrecklich, was hier wieder mal abgeht. Man kennt das. Als nächstes haben wir hier wirklich eine massiv schockierende Nachricht. Die nette Claudia Roth, aktuell Bundestagsvizepräsidentin, ehemalige Vorsitzende der Grünen-Partei. Und in der Regel ist es ja so, das ist so eine Art Versorgungsposten meiner Meinung nach, dass man auf den Bundestagsvizeposten kommt, um in der Partei natürlich auch ein bisschen wegzugehen. Wenn man sich gedient gemacht hat, so wie die Frau Roth das gemacht hat, Parteichefin war sie von 2004 bis 2013 und dann aber neue Leute nachrücken sollen, an andere Positionen kommen. Wir sehen das auch beim Wolfgang Kubicki, der ebenfalls auf dieser Position ist, aber schlussendlich im Endeffekt in der Partei nichts mehr zu sagen hat, weil die kritischen Äußerungen, die er immer wieder trifft, sind ja seiner Partei zu verschulden. Also seine Partei verhält sich ja gänzlich anders als das, was er ausdrückt. Werden wir auch heute bei der Abstimmung, denke ich mal, wieder sehen. Ich glaube nicht, dass die FDP heute dafür stimmen wird für jegliche Sachen. Es wird trotzdem nicht ausreichen, aber gerade in Verbindung mit dieser AfD-Abstimmung bin ich gespannt, sofern das Ganze nämlich dann namentlich zu sehen auch ist, wieder abgestimmt wird. Ja, zurückzukommen auf die liebe Claudia Roth, heißt es nämlich jetzt hier, Zitat von der Welt, auch Bundestagsvizepräsidentin Roth meldet Nebeneinkünfte nach. Ja, das kann man ja schon mal vergessen. Der Frau ist das jetzt hier nach circa acht Jahren eingefallen. Im Jahr 2013 war das nämlich, so heißt es hier, Zitat, Roth hat für 2013 ihr letztes Jahr als Grünen-Vorsitzende Nebeneinkünfte in Höhe von 3.500 bis 7.000 Euro nachgemeldet. Im Mai kamen Kanzlerkandidaten Baerbock und Ex-Parteichef Cem Özdemir der Meldepflicht ebenfalls verspätet nach. Ja, ein Schelm bei Böses dabei denkt. Das Ganze wurde berichtet hier als erstes in der Berliner Zeitung und die hatten sich wiederum auf abgeordnetenwatch.de darauf bezogen. Und da ist nämlich jetzt hier, wenn man da auf die Webseite drauf geht, Bundesvorsitzende bis Oktober 2013, Nachtrag zur 18. Wahlperiode zu lesen, einmalig Einkommensstufe 2, 3.500 bis 7.000 Euro nachgemeldet worden. Wir sehen ja mittlerweile einen roten Faden. Wir sehen einen roten Faden bei zahlreichen dieser Politikern, wo das schon der Fall gewesen ist. Und wenn du solche Gelder bekommst, dann ist es natürlich ein leichtes, solche Forderungen zu machen, wie die Grünen das tun, meiner Meinung nach. Wenn ich nämlich hingehe und habe diese finanziellen Mittel, kann ich natürlich sagen, ja gut, als ob der Sprit jetzt 1,50 Euro oder 2 Euro kostet. Das kostet mich im Endeffekt, ja, merke ich halt sonst nicht auf dem Konto. Und das ist schon eine ganz, ganz große Frechheit, wie ich finde, weil da wurde wieder eine Politik gemacht für eine ganz andere Einkommensklientel, als wir durchschnittlichen Bürger eigentlich sind. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, Leute, und jetzt haltet euch fest, der größte, neuste Schwachsinn nennt sich Klima-Club. Ihr habt richtig gehört, unsere Bundesregierung und hier der Olaf Scholz in persona von der SPD. In tollen Umfragewerten aktuell die SPD mit dem Olaf Scholz, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Wir hatten das in einem Livestream besprochen. Henrik M. Broder, der Autor, hat darüber ja auch schon philosophiert in einem YouTube-Video. Und er sagte, die Wahlplakate von der SPD erinnern ihn sehr, sehr stark an Graf Dracula. Und das ist eigentlich wirklich ganz genau richtig ausgedrückt. Ihr kennt diese Plakate, roter Hintergrund, davor sitzt in schwarz-weißen, deswegen wirklich sehr, sehr bleichwirkender Olaf Scholz darauf. Und mit komischen, dubiosen Sprüchen. Und das erinnert wirklich, wie ich finde, an diesen typischen Blutsauger Graf Dracula. Also ich fand die Assoziation sehr schön. So, dementsprechend jetzt hier heißt es in der Welt, Zitat, Bundesregierung will internationalen Klimaclub gründen. Mit einem internationalen Klimaclub will die Bundesregierung Länder motivieren, beim Klimaschutz gemeinsam voranzugehen, um Nachteile für Unternehmen zu vermeiden. Für Finanzminister Scholz ist das Vorgehen bei der globalen Mindeststeuer ein Vorbild. Ihr habt richtig gehört, Leute. Im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, wenn Deutschland wirklich hier den Klimaclub super oder was weiß ich, wie er genannt werden soll, ins Leben ruft. Erstens werden Länder doch da nicht beitreten. Wir sehen doch, wie wenig für den Klimaschutz andere Länder machen. Und im Verhältnis dazu zu Deutschland, dann ist das doch ein Armutszeugnis, dass man jetzt hingeht und sagt, wir machen so einen Klimaclub. Die anderen Leute oder anderen Länder sollen mit reinkommen, damit man sich davor schützt, dass wiederum Unternehmen aus Deutschland austreten. Will man andere Länder ebenfalls unattraktiv machen und da werden ja nicht alle mitmachen, sodass die Länder, dass die Firmen in die Länder gehen, wo es diesen Klimaclub, diesen Quatsch nicht geben wird. Darauf läuft es erstens hinaus. Zweitens kann es darauf hinauslaufen, ja klar werden da einige Länder eintreten. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich groß. Wenn sie sagen, dass es genauso abläuft wie in der EU, dass Deutschland da einzahlt und die anderen Länder aus diesem Topf sich bedienen können. Das ist doch die Krux an der Sache, was passieren wird. Weil das sehen wir ja durch zahlreiche Sachen. Überlegt euch da mal, wie viel Gelder bezahlen wir einfach für den C-Wiederaufbaufonds in der EU. Da stecken mittlerweile 750 Milliarden drin. Deutschland hat einen großen Anteil daran bezahlt und bekommt einen kleinen, Kleinstanteil wieder raus zurück. Und in Italien beispielsweise hält die Hand so auf oder eher gesagt nimmt so oder mit beiden Händen sogar noch eher. Und das ist eine ganz, ganz bodenlose Frechheit, besonders in Verbindung damit, wenn man sich anguckt, wie gut es finanziell laut Sparguthaben den Italienern beispielsweise gibt, um bei denen zu bleiben. Und wie viel Wohneigentum, sprich Häusern und Wohnungen die auch besitzen, im Verhältnis zu Deutschland. Wie früh die auch in Rente gehen, im Verhältnis zu Deutschland. Das muss man sich alles mal wirklich zahlenmäßig ganz genau angucken. Ja, weiterhin heißt es jetzt hier in dem Artikel, der Club soll zahlreiche Länder motivieren, beim Klimaschutz gemeinsam voranzugehen, um Nachteile für Unternehmen zu vermeiden. Zitat, wir wollen bis 2045 klimaneutral sein, die EU bis 2050. Jetzt geht es um die Umsetzung. Der Klimawandel lässt sich nicht national und auch nicht europäisch bewältigen. Deshalb wollen wir einen internationalen Klimaclub schaffen für alle, die mit ambitionierten Zielen vorangehen. Dieser offene und kooperative Club definiert gemeinsam Mindeststandards, bringt den Klimaschutz international koordiniert voran und stellt sicher, dass Klimaschutz international ein Standortvorteil ist. Das ist Bullshit. Das funktioniert nicht. Das funktioniert genauso wenig wie zahlreiche andere Sachen, die der Herr Scholz ins Leben gerufen hat, die nachweislich nach hinten losgegangen sind und nicht passen. Leute, das ist doch Schwachsinn. Das ist wieder so eine Geldumverteilungsvariante wie die EU. Anders kann man es nicht sagen. Aber schreibt eure Meinung unten rein. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Alles bleibt scheiße. Bis zum nächsten Mal und ciao.